Wir wissen ja alle, dass die Tellerschnecken eigentlich nicht so groß werden und das ist auch unserer Beschreibung auf der Website zu entnehmen, dass die eben kleiner sind als zum Beispiel die Posthornschnecken oder auch die Jodaschnecken, die ja auch sehr, sehr riesig werden können. Aber neulich hat mich dann doch eine Tellerschnecke sehr, sehr überrascht, denn die war ungefähr so groß wie der Fingernagel von meinem Zeigefinger, würde ich sagen. Also doch schon, ja, fast einen Zentimeter, anderthalb im Durchmesser. Also das hat mich doch sehr beeindruckt, dass die anscheinend auch so alt und groß werden können, wenn man sie denn lässt. Wir hatten jetzt nochmal ein neues Becken angesetzt, ein bisschen weiter oben. Vielleicht lag das daran, dass ich die dann überraschenderweise irgendwann mal gesehen habe, weil das halt so ein Becken ist, wo man nicht ständig reinguckt. Aber ja, habt ihr vielleicht auch schon mal solche Riesen gesehen oder sind die bei euch auch eher so ein bisschen kleiner?